Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Liebe Hörer, diesmal führe ich Sie in die Welt der Literatur, in die Welt der Hochliteratur. Es geht um Wladimir Nabokov. Die Romane »Fahles Feuer« und »Adder« gelten als die schwierigsten Bücher dieses sowieso schon schwierigen Autors. Und ich spreche mit dem Übersetzer Uwe Friesel, der Nabokov persönlich kennengelernt hat, über die literarischen Raffinessen dieser Bücher. Aber, liebe Hörer, es geht Ihnen vermutlich so wie mir. Wenn Sie Nabokov hören, denken Sie Lolita. Also gut. Wir kommen nicht drumherum. Wir sprechen auch über Lolita. Und wir werden den Beweis liefern, dass Lolita keine Blondine war. So viel möchte ich jetzt schon verraten. So. Und nun geht's los. Ich begrüße ganz herzlich Uwe Friesel. Hallo Uwe. Hallo Bernhard. Schön, dass wir uns nach so langer Zeit mal wiedersehen. Du bist Übersetzer von Nabokov. Wann hast du damit angefangen? Das muss Mitte der 60er Jahre gewesen sein. Also es gab Nabokov schon übersetzt, nämlich den Roman Pnin. Den gab's schon. Den gab es schon. Und die Lolita. Ja, das ist eigentlich unser heimliches Interesse. Wir wollten wissen, wie alt ist Lolita. Das würden wir immer wissen. Und wir wollen wissen, wann ist sie denn in Deutschland erschienen? Oder wann hat man in Deutschland sie wahrgenommen? Bei der Lolita ist es so, dass sich furchtbar viele Übersetzer an ihr versucht haben. Und wir reden jetzt von den 60er Jahren. Ja. Ja, ja. Also früh, Mitte der 60er Jahre. Und diese Übersetzer, alles wackere Leute, haben aber, frei nach dem Motto, viele Köche verderben dem Rhein, diese Übersetzung nicht so gut gemacht. Sie haben sie grobschlechtig gemacht und sie haben sie auf den Skandal hinzugeschnitten und die unglaublichen Feinheiten, die das Buch auch enthält, eigentlich nicht getroffen. Mhm. Und zu diesen Übersetzern gehörte zum Beispiel Rainer Maria, die dich vorwollt. Da stört euch immer, weil Maria für mich immer noch ein weiblicher Name ist. Aber so ist es nun mal. Dank, Rilke. Und jetzt ist er zwar ein hervorragender Übersetzer, aber zielt dann doch auf den Skandal des erotischen Romans. Und darüber gehen Feinheiten verloren und ebenso Gregor von Rezori. Der bringt zwar ein bisschen Farbe in die Übersetzung, aber letztendlich hängt er auch an diesem Ziel, einen Skandalroman zu übersetzen. Das hängt zusammen mit dem Prie-Formentor. Mit wem? Dem Prie-Formentor. Das war ein auf der Insel Fomentera beschlossener Preis von sechs oder sieben großen Verlagen, der darin bestand, dass ein Autor jeweils eingereicht wurde, der dann in diese anderen Sprachen übersetzt wurde, sodass das für den Autor richtig toll war. Und da hatte es einen amerikanischen Preisträger gegeben. Der hieß Steffen Schneck mit dem Titel Der Nachtpotchi. Ein richtig schmutzig erotischer Roman spielt in San Francisco, wo so ein dicker Nachtpotchi die Huren nicht nur beobachtet, sondern allerlei Spiele mit denen und den Kunden veranstaltet und so weiter und so fort. Und diesen hatte ich übersetzt und der war nicht so leicht zu übersetzen, weil da erstmal Dinge drin vorkamen, die mir noch nicht so vertraut waren. Da musste ich mich erstmal einüben in die Tatsachen, die da berichtet wurden, aber auch die Sprache dafür finden. Da habe ich also viel Zeit drauf verschwendet und habe eine ziemlich passable Übersetzung abgeliefert. Und als jetzt anstand, das absolut schwierigste Buch, damals jedenfalls, von Nabokov zu übersetzen, und das war Pale Fire, Fall ist Feuer, da haben die nach einigem Hin und Her gesagt, wenn der den Nachtpotchi übersetzen kann, dann kann er vielleicht auch dies übersetzen. Ja, wir müssen doch noch ein bisschen in die 60er Jahre zurückgehen. Einerseits müssen wir uns versuchen vorzustellen, was damals als skandalös galt und was nicht skandalös war, wo die Grenze war damals. Wenn ich mich recht erinnere, da war die Oben ohne Mond 65 und auch die Pille war 65, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist auch von Interesse zu erfahren, wie alt wir denn so waren. Also wie alt warst du denn in den 60er Jahren, als du dich mit diesen nicht jugendfreien Stoffen beschäftigt hast? Na ja, 65, Fall 26. Dann warst du 26. Aber ich muss ja sagen, Bernhard, die Beispiele, die du angeführt hast, sind mir natürlich geläufig. Aber komischerweise ist es so, dass das Faktische, was überwunden wird, etwa durch die Pille, viel weniger wiegt, als der Skandal, der über Sprache vermittelt wird. Und der Skandal, der über Sprache vermittelt wird, dass ein Professor Humbert Humbert eine Minderjährige quer durch Amerika schleift, bloß um ihr nahe zu sein. Und dass er über ihre Mutter überhaupt erst den Zugang zu diesem Mädchen gewinnt. Der war so groß, dass er nicht nur Nabokov zwang, das in der Olympiapresse in Paris zuerst zu veröffentlichen und nicht in Amerika. Sondern dieser Skandal wirkte auf dem Buchmarkt eben genauso auch in Deutschland. Und da war dieser Nachtpolizei ein Vorläufer. So, so. Und welche Jahre waren das? Wann ist Ludita erschienen? Mitte der 60er. Mitte der 60er. Und das war zunächst mal in der Olympiapresse erschienen? Ja. Ja, das war die erste Veröffentlichung überhaupt des Hormans, weil er in Amerika gar nicht loskriegte in Nabokov. Das wissen wir ihn ja, aber es ist so. Und er ist ja dann vor Gericht zitiert worden, aber freigesprochen worden. Vielleicht müssen wir noch zurückgehen zu Nabokov selber. Nabokov selber war wie alt damals? Und was hat er schon vorher geschrieben? Na ja, wie gesagt, Pnen war auf dem Markt. Er war in Berlin gewesen. Er hat nicht auf Deutsch geschrieben, sondern er hat auf Russisch geschrieben in Zeitungen, die dort publiziert wurden. Lebt er damals schon in Amerika? Ja. Also im Fall von Lolita lebt er schon in Amerika. Denn man muss ja wissen, Nabokov ist geflohen, naja, zunächst mal ist er geflohen aus der Sowjetunion über die Türkei nach Deutschland. Nach Berlin, ja. Nach Berlin. Da war er Tennislehrer nebenbei, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber er hat eben auch geschrieben in den Publikationen der Exil-Russen. Und er hat seine Frau Vera da kennengelernt. Die war nun wieder Jüdin. Kurz und gut, er musste dann von Berlin weg, sind sie erst nach Paris und dann nach London und von dort aus weiter nach Amerika. Er hat es schon veröffentlicht, wenn auch noch nicht, das skandalträchtige Lolita-Buch. Ja, und diesen Weltbestseller, der... Das alles überschattet. Und wir reden dauernd über Lolita, obwohl du Lolita gar nicht übersetzt hast und obwohl auch Nabokov sehr viel mehr geschrieben hat als Lolita. So ist es, ja. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, denn ich bin kein solcher Nabokov-Experte, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich bin vertraut mit Fall ist Feuer, mit Ada und mit dem, was ich übersetzt habe. Und durch die Begegnungen, die mir dadurch zuteil wurden mit Nabokov selber, als wir diese Übersetzungen durchgingen, Wort für Wort. Nabokov wollte gute deutsche Übersetzungen haben, also hat er sich die Zeit genommen, das zu tun, Wort für Wort die deutsche Fassung durchzugehen. Dadurch habe ich einige Kenntnisse, die man sonst nicht hat über Nabokov. Aber sonst genau einzuordnen, was alles früher war und wie das zustande gekommen ist, da muss man in die Ausgabe von Dieter in Zimmer gucken, denn der weiß nun alles über Nabokov. Der hat ja sozusagen an seinen Hacken geklebt und hat ja sein Leben geradezu konfisziert. Eine Eigenanstellung, Sondergleichen, die ich noch nirgends erlebt habe, Dieter in Zimmer, wobei ich sage, es hat sich auch gelohnt, denn ich selbst halte Nabokov auch für einen der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Also das Nabokov-Gesamtwerk ist übersetzt von Dieter in Zimmer und von dir. So kann man es auch nicht sagen. Es gab noch ein paar andere Übersetzer für kleinere Werke, die dazwischen rauskamen. Dieter in Zimmer hat die Gesamtausgabe herausgegeben. Er hat jede einzelne Übersetzung durchgeschickt und notfalls korrigiert. Und im Fall der schwierigsten Übersetzung, und das sind Fallesfeuer, Pellfeuer und Adda, hat er mit dem Übersetzer, und das bin ich, zusammengearbeitet. Verstehe ja so. Und du warst qualifiziert, weil du einerseits gut Englisch konntest, aber du hattest das ja erzählt, man hat ja auch zugetraut, etwas Anrüchiges oder etwas nicht Jugendfreies zu übersetzen, obwohl das für Fallesfeuer und Adda gar nicht zutraf, in dem Sinne wie für Lolita. Das ist richtig. Also was die abgeleitet haben aus der Tatsache, dass ich den Schneck übersetzt hatte und also auch ein skandalöses Buch übersetzen könnte, war nicht so sehr der Skandal, sondern der Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad war beim Nachtportier von Schneck sehr hoch und bei Fallesfeuer war er ja kaum zu überbrücken, denn man muss ja sich vorstellen, wenn ein Roman aus einem tausendzeiligen Gedicht besteht, was erfunden ist, und dann aus einem Herausgeber, der auch erfunden ist, und der in den Anmerkungen zu dem Buch nichts weiter tut, als seine eigene Geschichte zu erzählen, die nun auch wieder erfunden ist. Wenn man sich dies alles vorstellt, dann weiß man etwa, was das für ein Balanceakt ist, das zu übersetzen, weil es in der deutschen Literatur zum Beispiel nichts Vergleichbares gibt. Und da musste ich mich doch sehr reinfuchsen, ehe ich das alles so begriffen hatte. Aber das hat mir Nabokov selber sehr geholfen, indem er mir ein paar Rätsel, die ich noch hatte, entschlüsselt hat. Und du hast ihn nicht nur mit Korrespondenz geklärt, sondern du hast ihn auch persönlich getroffen. Ja, und das war, muss ich sagen, ein Einzelunterricht. Ich habe ja die Universität abgebrochen, weil sie mir zu langweilig war. Und dann habe ich von dem Professor Nabokov, das war er ja auch Professor für Linguistik, sozusagen ein Einzeltutorium bekommen, einen Einzelunterricht sondergleichen. Und wo habt ihr euch getroffen? In Montreux. Er wohnte ja nach dem Erfolg der Lolita, nachdem der Skandal weg war und das Buch zum Weltbestseller avanciert war, lebte er in Montreux am Genfersee, weil er nämlich diese Red Brick, amerikanische, piefkige Atmosphäre gar nicht mehr aushalten konnte. Und da ist er nach Europa gegangen, denn Europa war eigentlich seine geistige Heimat. Der ist ja mit einer französischen Gouvernantin, einem englischen Hauslehrer, groß geworden, im zaristischen Russland. Und er war ja aus Petersburg kommend eigentlich immer Europäer geblieben, auch in Amerika. Und sein Englisch ist ja ein russisches Englisch und es trotzt ja von europäischen Anklängen. Also sie waren sehr reich gewesen, das muss man sagen, die Familie. Die hatten auch einen eigenen Chauffeur. Er erzählt das alles in dem Buch Spricherinnerung. Und der Chauffeur hatte zum Beispiel nicht nur Fahrkenntnisse, sondern der war auch in der Lage, das Auto zu verstecken, weil man nämlich fürchten musste, dass das Auto enteignet werden würde, das Automobil, das Kostbare. Und daraufhin hat der Chauffeur das Auto in Einzelteile zerlegt und diese Einzelteile nach einem System im Garten vergraben, sodass das Auto dann einfach weg war und man es eventuell später wieder zusammensetzen konnte. Es war also nicht bloß ein Chauffeur, es war ein sehr qualifizierter Chauffeur, der nicht Auto fahren, sondern auch Auto bauen konnte. Und das gibt ein bisschen einen Eindruck davon, in welchen Verhältnissen er gelebt hat. Er hat also sich leisten können, seinen Hobbys nachzugehen, die Schmetterlinge zu erforschen und Schachrätsel zu erfinden. Und er war damals schon, also schon in jungen Jahren, wenn man sich vorstellt, Nabokov in kurzen Hosen, wie er mit einem Kescher durch die Wälder streift, war er damals schon so anspruchsvoll, dass er sich ein Urteil erlaubte über die Theorie der Schmetterlingsforschung, die er in verschiedenen Ländern verglichen hat. Er erkannte auch so viele verschiedene Fremdsprachen, dass er der Meinung war, die deutschen Beiträge zur Schmetterlingsforschung wären besonders durchschnittlich, nicht gut genug für ihn. Ja, da war er zwiegespalten in dem Punkt, weil nämlich die Lexika in Deutschland, Meiers Lexikon und so, so gute Tafeln enthielten, Stiche, auch von Schmetterling, dass er die nun wieder bewundert hat. Er war Lepidettologe, das Wort musste ich überhaupt erstmal lernen, Schmetterlingskundler, und er war es professionell, denn er war zunächst mal auch in Amerika gar nicht Professor für Literatur, sondern er war beschäftigt in einem Museum zum Klassifizieren von Schmetterlingen. Ja, er war ein ganz großer Experte und sagen wir mal so, er war jemand, der ein Anspruchsdenken gepflegt hat, das sehr weit nach oben strebte. Also, wie soll man das ausdrücken? Er war sehr anspruchsvoll. Ja. Er war auch, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man es sagen soll, er war überanspruchsvoll. Ja, ich würde sogar so eine gewisse Härte da reinbringen, er war intellektuell ungnädig. Ja, das ist gut gesagt. Also, er hat auch seine Studenten, wenn die zum Beispiel Sancho Panche und Don Quixote nicht als Weltliteratur sofort anerkannten und sofort erklären konnten, warum das Weltliteratur ist, dann waren die schon für ihn bereits eine Stufe tiefer gerückt. Denn, nach seiner Theorie hätten die beim bloßen Lesen dieser Bücher herausfinden müssen, das ist unübertreffliche Weltliteratur. Also, er hat den ja von sich auf die Studenten verschoben, möchte ich sagen, ja? Ich wollte aber noch eins sagen, er kam aus sehr wohlhabenden Verhältnissen, aber es war so, der besondere Reichtum, den sah er in der Verfeinerung, den sah er im Geistigen. Denn er hat mal gerade in diesem Buch Spricherinnerung gesagt, er nimmt es dem Kommunismus nicht übel, dass sie seine Familie um den Reichtum gebracht hätten. So, nach dem Motto, also, was interessiert mich das Geld? Man sollte ihn bloß nicht falsch verstehen. Er wäre nicht etwa deswegen irgendwie antikommunistisch eingestellt, weil er seine Reichtümer verloren hätte. Nein, nein, nein. Da ist noch etwas viel Höheres, was noch mehr ist als nur der materielle Reichtum. Was er dem Kommunismus übel nimmt, ist die unmenschliche Gleichmacherei. Den Niveauverlust, denn diese Ungleichheit, die kultiviert er ja bis zum Extrem, indem er das Besondere so schätzt und so hervorhebt und so erhöht. Ja, und insofern, Bernhard, ist es nicht bloß ein Niveauverlust, sondern es ist der Verlust des Individuums, das zurücktreten muss in der Masse und die Masse wird gleichgemacht. Also in dieser Doppelung, dass die Leute zu Unleuten werden, indem sie in der Masse verschwinden sollen und dass dadurch die Höchstleistung nicht mehr zutage kommt, in dieser Doppelung liegt eigentlich seine Verachtung des Systems. Und seine Geringschätzung gegen das meiste, was es sonst so an Literatur gibt. Vielleicht kann man es so sagen. Er war hochnäsig, nicht? Das muss man so sagen. Und leider muss man eben, was heißt leider, man muss hinzufügen, mit einer gewissen Berechtigung konnte er sich erlauben, hochnäsig zu sein. Es gibt sogar einen Aussatz über die Arschlochhaftigkeit von Nabokov. Gibt es. Ja, weil man eben das dann schon sehr anmerkte, dass er sich als etwas sehr viel Besseres ansah und dass seine Ansprüche eben so hoch waren, dass es eben ihm und allen anderen auch das Leben schwer machte. Das ist ganz interessant, was du da ansprichst. Also du sprichst ja an eine Überheblichkeit. Und das trifft auch zu. Er war überheblich. Aber er konnte diese Überheblichkeit ablegen. Aha. Und das war das Überraschende, als ich mit ihm volles Feuer durchging. Mhm. Also wir sind volles Feuer durchgegangen, Wort für Wort, weil sein Deutsch aus seinen Tennislehrerjahren in Berlin ausreichte, zu hören, ob etwas richtig klang und also auch richtig war oder nicht. Aha. Also das richtig klingen wäre dann auch eine Art von Indiz zumindest für die Wahrhaftigkeit und für die Richtigkeit des Wortes. Da hast du recht. Von der Bedeutung her. Da hast du recht. Auf magische Art konnte er aus einem gut gebauten, klanglich gut gebauten Satz, und ich war ja Lyriker, seit 1963 hatte ich ja Lyrik veröffentlicht, war ich in der Lage, Texte klanglich gut zu bauen, im Gegensatz zu einigen anderen Übersetzern von ihm. Ich würde sogar Zimmer hinzufügen, im Detail-Zimmer. Und das hat ihn für mich eingenommen, weil er etwas wiederfand in der deutschen Übersetzung, was er auch haben wollte. Mhm. Und plötzlich war diese Überheblichkeit weg. Ich habe mich manchmal gefühlt, als hätte er mich so für eine Weile so als Sohn adoptiert. Mhm. Das mochte mit seinem eigenen so zusammenhängen, das war ein Philou, ein Alotri, der Rennwagen fuhr, ein Monza mit dem Alfa Romeo, seine Runden drehte. Das hat er ja auch in gewisser Weise von seinem Vater, denn er hat auch ein gutes Auto geschätzt. Ja, hat er. Und vor allen Dingen seine Frau Vera, nicht? Sie hat ja sehr schön silberfarben, ich glaube auch ein Lanchier. Ja, es gibt ein Fotoband mit ihm und seinem Auto. Mhm. Ja, ja, also schon. Mhm. Und der Sohn war auch nicht nur Philou, ich muss das etwas abschwächen, denn er hat so viel von Literatur verstanden, dass er mit seinem Sohn die italienischen und die französischen Übersetzungen durchgehen konnte, aber eben nicht die deutschen. Aha. Die deutsche Übersetzung bin ich mit ihm durchgegangen oder er hat sie durchgehen lassen, bis sie ihm auffiel. Mischi sind ja ein bisschen hölzern übersetzt. Mhm. Und die mussten die ganze Übersetzung einstampfen. Also er hat mit seinem Sohn die italienischen Übersetzungen durchgesprochen und mit dir die Deutschen. Ja, der sprach ja perfekt Italienisch. Und mit dir die Deutschen. Ja, mit mir die Deutschen. Ich habe mir das so vorgestellt, als du sagtest, da wäre so eine Art Übereinstimmung, als wärst du quasi sowas wie ein imaginierter Sohn von ihm, weil ihr den klanglichen Charakter dieser Texte sehr stark berücksichtigt habt, den lyrischen Gehalt, also die Unomato-Poesie. Das stelle ich mir so vor, als hättet ihr gemeinsam ein Lied gesungen, als hättet ihr über die Gemeinsamkeit des Klanglichen zueinander gefunden. Das Interessante dabei ist, dass damit vor allem auch die Prosa gemeint ist. Es ist also nicht dieses tausendzeilige Gedicht gemeint, darüber sollen wir noch sprechen. Ach, das müssen wir unbedingt erwähnen. Man denkt ja, das wäre Prosa. Ja. Ja, und natürlich gibt es von Nabokov Prosa, Lolita zum Beispiel, das ist ja Prosa. Ja. Aber gerade das fahle Feuer ist ein Sonderfall. Ja. Das muss man noch erwähnen. Das muss man noch erwähnen. Inwiefern, sag kurz, inwiefern ist es ein Sonderfall? Es ist ein Sonderfall erstmal, indem es ein extremes Langgedicht ist. 999 Zeilen und die tausendste ist wieder die erste Zeile. Mhm. So ein Kreis, nicht? Und das ist gereimt und hat auch ein griechisches Metrum. Mhm. Und Nabokov hat als erstes gesagt, versuche nicht auch zu reimen und das Metrum zu ereignen. Es wird dir nicht gelingen, wegen der Unterschiede zwischen Englisch und Deutsch. Ihr könnt nicht auf diese Kürze kommen, das geht im Deutschen nicht. Mhm. Also mach freie Verse und reime nur da, wo es sich ergibt. Mhm. Das habe ich dann auch getan, habe ein paar Reime drin, die wirklich schön sind. Die habe ich so reingemuggelt und die hat er auch schmunzeln zur Kenntnis genommen. Aber er meinte, die Prosa-Sprache war eben musikalisch. Die war russisch-amerikanisch. Und das russische ist sehr vokalreich. Und das russische ist auch viel länger als das amerikanische. Also wenn du mal Hemingway vergleichst mit Nabokov, dann siehst du, welche Unterschiede in der Satzlänge allein bestehen. Und er wollte, dass die Sätze klingen. Und ich habe eben mit Vokalverschiebungen und Wechseln von bestimmten Wörtern, länglich habe ich auch mal ein etwas unschärferes Wort gewählt, weil der Klang besser war. Und das hat er honoriert. Das hat er richtig gefunden. Er war gar nicht so versessen, wie Dieter E. Zemmer meinte, dass genau getroffen werden muss. Absolut, punktgenau in der deutschen Übersetzung, was im Englischen ausgedrückt war. Ja, verstehe. Das hängt mit Sprache als eigentlich gesprochene Musik zusammen. Er war eben ein sensueller Mensch. Wie viele Bände umfasst denn die Gesamtausgabe? 26. 26 Bände. Und wir kennen ihn natürlich als einen großen Mann der Weltliteratur, der eine 26 Bände, jetzt wissen wir, dass Ausgabe hat. Und da stechen eben einige heraus. Es sticht Lolita wegen der Prominenz heraus und wegen dem Skandal. Und es sticht das Fahle Feuer heraus, weil es Lyrik ist als Roman. Lyrik als Roman und einen Schwierigkeitsgrad hat, dass es wirklich elitär ist. Ja. Also wenn man Fahle Feuer bis ins Detail verstehen will und bis in alle Verästelungen hinein verfolgen will, dann muss man ein bisschen Literatur drauf haben und selber vielleicht schreiben. Also ich habe unter Schriftstern sehr viel Verständnis gefunden. Also ich glaube, das Element Kunst, wenn es auch eine musikalische Färbung hat und meines Erachtens hat Sprachkunst musikalische Färbung, das war ihm so wichtig, dass er meine manchmal etwas unschärfere, aber musikalischere Art vorzog vor der genauen Art von Dieter E. Zimmer. Und das speziell für das Buch Fahles Feuer. Ja, und Rowold schätze sich glücklich, den richtigen Mann gefunden zu haben und nicht den schon längst bekannten und anerkannten Übersetzerzimmer dafür außersehen zu haben, der das auch geschafft hätte, aber vielleicht hat er fünf Jahre gebraucht und vielleicht wäre das Ergebnis eben anders gewesen. So, nun unterhalten wir uns jetzt hier über das Buch Fahles Feuer und eigentlich interessieren sich alle nur für Lolita. Ja, das ist schade, weil ich glaube, Fahles Feuer und Adder sind die Leuchttürme innerhalb der Nabokov-Literatur und dann kommt erst Lolita. Ich will dich aber trotzdem mal fragen, findest du denn den Skandal um Lolita gerechtfertigt oder ist er übertrieben? Oder beruht er auf einem Missverständnis? Er beruht auf dem Missverständnis, dass der Professor Humbert Humbert womöglich Realität abbildet und hier gefeiert würde, dass ein Professor eine Minderjährige verführt. Aha, also eine Missbrauchsgeschichte, die nicht kritisch gesehen wird. Ja, die wird nicht gesehen als eine Erfindung, die wirklich nur im Literarischen stattfindet. Ach so. Die wird als eine schnöde Abbildung von einer zu verurteilenden Wirklichkeit gesehen. Und die Richter dieses Gerichts, die dann darüber zu urteilen hatten, nachdem die Olympia-Presse das ausgegeben hat. Okay, das müssen wir noch sagen, das Buch wurde verboten. Ja, ja, Solita wurde verboten. Die haben aber überraschenderweise, und da war es gut, dass das Buch eben in Europa herausgekommen war, gesagt, nein, nein, hier handelt es sich um ein sprachliches Kunstwerk. Es geht hier nicht darum, dass gefeiert wird, wie ein vor sich hin alternder Professor ein junges Mädchen überführt und missbraucht. Und der Film ist dann nochmal ganz was anderes. Ja, der Film dreht das ja um. Also in gewisser Weise dreht der Film das um, indem er insinuiert, sag ich mal, dass die kleine Lolita den Professor verführt. Und zwar gewissermaßen an der Mutter vorbei, weil es wahrgenommen hat, dass der Professor sich an die Mutter rangemacht hat, um zu ihr zu kommen. Und dieses frühreife Mädchen, dieses Nymphchen, Lolita, ist also erotisch der Meinung, ihr Geburt der Vorrang. Gegenüber der Mutter. Gegenüber der Mutter. Ja. Der Film sagt das nicht so explizit wie ich hier, aber den ganzen Film lang mit einer kleinen, blonden Lolita, die ich mir gar nicht so vorstelle. Und Nabokov sich übrigens auch nicht, das kann ich beweisen. Ja, die ist nicht blond. Lolita ist nicht blond. Nein, sie ist nicht blond. Das wäre doch mal ein guter Titel. Lolita war keine Blondine. Nein, war sie nicht. Und das weiß ich, weil Nabokov Lolita für mich gemalt hat. Gut, das können wir natürlich im Rundfunk jetzt vorzeigen, da können wir viel behaupten. Aber ich habe das Bild auch gesehen und ich kann es bestätigen, sie ist keine Blondine auf dem Bild. Nabokov hat das gemalt. Du hast es übrigens als Cover für dein letztes Lyrik-Bändchen. Ja. Ich wollte noch was sagen, dass der Verführer, der Professor, den Zugang zu diesem frühreifen Mädchen Lolita über den Umweg der Mutter sucht, folgt einer Tradition, die von Casanova schon beschrieben worden ist. Casanova, der ja als Frauenverführer gilt, hat auch schon festgestellt, oder es war schon eine Methode von Casanova, dass er zunächst mal die Mutter gewonnen hat mit Beschenken. Auch Casanova hat ja die Möglichkeit, mit Reichtum aufzutrumpfen und mit einer Unverschämtheit aufzutrumpfen, die beliebt war bei den Frauen. Er war ein wandelnder Skandal und das mochten die Leute. Und er hat sich aber zunächst mal an die Mütter gewandt, um über die Mütter diese Dynamik in Gang zu bringen, dass ein Wettbewerb zwischen der Mutter und der Tochter entflammte. Ja, und das setzt natürlich dem Skandal dann auch die Krone auf. Es ist also quasi ein Doppelskandal, wenn man so will. Minderjährig alleine genügt wohl nicht, kann man nur sagen. Ja. Hast du den Eindruck, dass er das bereut hat, dass Nabokov selber zu Unrecht sich überschattet sieht von dem Erfolg von Lolita? Er sieht sich bestätigt in seinem Vorurteil, dass ein Skandalbuch, ein vermeintliches Skandalbuch in seinem Verständnis, den Riesenwelterfolg hervorruft, weil es ein Skandalbuch ist. Mhm. Während die wirklichen Feinheiten Literarischer hat, die auch da drin stecken und die in den nachfolgenden großen beiden Romanen Fall des Feuer und Adder stecken, diesen Büchern eben nicht zu einem Welterfolg verholfen haben und deshalb seinen Spruch, alle kennen Lolita, keiner kennt Nabokov. Mhm. Er selber, daran erinnere ich mich, hat mal geschrieben, Lolita, ein schwieriges Kind. Und mit dem schwierigen Kind meint er einerseits diese Figur Lolita und andererseits meint er aber auch das Kind in dem Sinne, dass es sein Kind ist, nämlich sein Werk, ein schwieriges Kind im doppelten Sinne. Ja, würde ich dir recht geben, ja. Also ich würde ihn jedenfalls nicht so sehr als Skandalautor sehen, sondern er war ein Autor, wie wir ihn vorhin versucht haben zu beschreiben, ein Autor, der die allerhöchsten Maßstäbe versucht hat anzusetzen. Genau so ist es, ja. Und ein Autor, der sich auch verstanden hat als jemand, der eigentlich im götischen Sinne Weltliteratur macht. Richtig, ja, genau so. Gut, er kam aus Petersburg, er ging dann nach Amerika, er hätte auch nach Paris gehen können. Also er war jemand, der der Welt gehörte, der Weltliteratur. Ja, und die Umstände, die politischen, haben ihn eben diesen Dreisprung Berlin, Paris, England, Amerika machen lassen. Und da gehört dann eben so ein Skandalbuch, ja, er gehört irgendwie auch dazu, ist halt ein schwieriges Kind gewesen. Ja. In der großen Familie seiner großen Werke war er auch ein schwieriges Kind. Ja, sicher, ja. Er hatte auch so einen skurrilen Humor, das muss man auch mal sagen. Das haben wir ja noch nicht erwähnt. Ich glaube, es kommt in der Adder vor, wenn ich mich recht entsinne, dass er sagt, ein Karpfen brauchte so und so viel Zeit, ich weiß nicht, was er angesetzt hat, um dieses Becken diametral zu durchschwimmen. Das ist natürlich ein Witz, denn welcher Karpfen durchschwimmen ein Becken diametral ist. Und worauf war das bezogen? Um die Größe des Puls, des Teiches zu charakterisieren. Wie lange ein Karpfen braucht, um ihn diametral zu durchqueren. Das ist eine Erfindung, die ganz bewusst ein Maß ins Spiel bringt, was es gar nicht geben kann. Er hat eben auch sehr stark in einer Welt der Erfindungen gelebt. Ja, unbedingt. Das zeigt sich zum Beispiel auch an seinem Interesse für Schach. Ja. Wo man sagen muss, es ist gar nicht Schach, sondern es sind Schachrätsel. Ja, also der Unterschied zwischen Schach und Schachrätseln. Also Schach setzt voraus zwei Spieler, die beide gewinnen wollen und die sich entweder matt setzen oder Patt, also Remis. Ja. Anders geht ein Schachspiel ja nicht aus. Man verliert es, gewinnt es oder es ist unentschieden. Ein Schachrätsel kannst du entweder lösen oder nicht lösen, dann scheiterst du. Mhm. Und das Schachrätsel, was meist so geht, matt in zwei Zügen, matt in drei Zügen. Ich habe auch schon mal eins gesehen, matt in einem Zug und ich habe es nicht rausgekriegt. Ja. Das Schachrätsel ist eine reine Denksportaufgabe. Ja. Sie beschäftigt keine zwei Personen, nur eine. Das Schachrätsel ist für eine Person. Mhm. Du hast keinen Gegner. Ja. Du musst ein Rätsel lösen. Und dieses Rätsel lösen geschieht auch, wenn man etwas verrätselt, um dann eine Lösung zu machen, so wie ein Kriminalroman ein bisschen. Das heißt, diese Schachrätsel beruhen auf Aufgaben, die bei wirklichen Schachspielen gar nicht auftreten. Nein, können sie nicht, weil die Konstellationen der Figuren, die man dann auf dem Brett sieht, gar nicht herbeigeführt werden können. Weil vorher so viel geschehen wäre, dass diese Figuren entweder gar nicht mehr da wären oder ganz woanders stünden. Es gibt womöglich auch Schachrätsel aus dem wirklichen Leben, wo man tatsächlich Schachpartien mit interessanten Konstellationen nachvollzogen hat, aber die typischen Schachrätsel sind ausgedacht. Das sind keine Schachrätsel, sondern da hat nur jemand das Spiel unterbrochen einem am Punkt und mit der Frage, wie würden sie jetzt zu Ende spielen. Ambokov hat Schachrätsel ausgedacht. Ja, der hat ja sogar eingereicht. Ob er Preise dafür gewonnen hat, weiß ich nicht. Er hat Preise gewonnen für Schmetterlingserforschungen. Ja. Als Lepideptorologe. Aber er hat Schachrätsel eingereicht und sie sind auch abgedruckt worden in Zeitschriften. Und könnte man sagen, Lolita ist ein Schachrätsel und nicht etwa die Wiedergabe eines Schachspiels. Weil darin liegt ja der Skandal. Der Skandal liegt ja darin, dass man das so verstanden hat, er hätte eine tatsächliche Begebenheit beschrieben und womöglich auch noch wohlwollend beschrieben, obwohl er sie hätte ablehnend beschreiben müssen. Aber in Wirklichkeit hat er nicht etwa eine reale Person wiedergegeben, sondern er hat sich etwas ausgedacht. Er hat sich eine Konstellation ausgedacht wie ein Schachrätsel. Ich glaube, da hast du einen ziemlich guten Punkt getroffen. Denn sowohl die Version, dass Humbert Humbert sich vergeht an einem jungen Mädchen und es missbraucht und in der Welt mit ihm herumkutschiert, sodass es nicht fliehen kann, als auch die Version, dass eigentlich die Nymphel Lolita den Professor Humbert Humbert verführt, weil es einfach so auf die Mutter ist, geht ja von zwei Parteien aus. Und wenn du jetzt sagst, es ist eigentlich ein Schachrätsel, eigentlich nur eine Partei, dann sagst du, glaube ich, das Richtige. Es ist nämlich eigentlich nur eine Nur, eine Erfindung, die dem Haupte des Meistes entsprungen ist. Also Lolita ist das eine Kunstwerk aus dem einen Kopf und der heißt Wladimir Nabokov. Was ist denn nun in dem Kopf von Wladimir Nabokov vorgegangen, als er fahles Feuer konzipiert hat? Das ist ja eine sehr komplizierte Versuchsanordnung. Zugrunde liegt ein Text, der auch gar nicht von ihm ist, sondern von einer fiktiven Figur. Aber eigentlich ist der Text doch von ihm und nicht von dieser fiktiven Figur. Es ist ja ein Kunstgebilde von einem John Shade. Den gibt es gar nicht, es ist ja nur ein Schatten, Shade. Genau, er führt eine Kunstfigur ein, die nennt er selber Shade. Ja, einen angeblichen Dichter John Shade. Diese Figur wiederum ist erfunden von Charles Kinbaud. Also die Erfindung einer Erfindung. Die Erfindung einer Erfindung. Wir haben es hier mit einer doppelten Erfindung zu tun. Also einmal erfindet ein Herausgeber namens Charles Kinbaud ein Dichter John Shade. Ja. Und diese Schattenspiele gehen durch das ganze Buch. Das sind auch Spiegelspiele, wo sich Dinge aneinander spiegeln. Dieser John Shade schreibt angeblich ein Gedicht von tausend Zeilen, wobei das 999 Zeilen sind, die sich auch reimen und in irgendwelchen Hexametern oder anderen Figuren der Pursie dargebracht werden, die man im Deutschen nicht wiederholen kann. Und jetzt muss man auf den Kinbaud kommen, denn der Kinbaud ist ja auch eine Erfindung von Wladimir Nabokov. Und zwar setzt sich der Name zusammen aus Königsbote, Kin, Kinbote und Botfly und das ist eine Schmeißfliege. Also ist der Mann eine königliche Schmeißfliege. Der Kinbaud ist ja nur ein Pseudowissenschaftler, der die Herausgabe eines erfundenen Gedichts dazu benutzt, um seine eigene Biografie zu erzählen. Das ist die etwas komplizierte Versuchsanordnung von diesem Buch. Ja. Und nicht nur etwas kompliziert, sondern die ist so kompliziert, dass ich nicht glaube, dass das je den Erfolg der Lolita hätte wiederholen können, weil es keine strengente oder scheinbar strengente Erzählung ist, sondern weil es ein Kompendium von unglaublich vielen literarischen Elementen ist, die nur scheinbar zusammenpassen. Also nicht nur, dass die Erotik fehlt, es fehlt auch die leichte Lesbarkeit, es fehlt auch die Übersichtlichkeit. Würde ich sagen. Und trotzdem ist die Kunst, dass man nach einer Weile auch den Humor spürt, der da drin liegt, weil man ja als Leser anfängt, den Kinbaud zu durchschauen. Und der Kinbaud in seinem Anmerkungsapparat immer mal zu irgendwelchen zwei Teilen aus dem langen Gedicht, die er ja auch erfunden hat, ein kleines Gedichtchen ableitet im Anmerkungsapparat. Genau. Und das sind die Gedichtchen, die ich kenne. Ich kenne nämlich gar keine anderen Gedichte von der Bucke. Also das ist das Verwirrende, dass man doch etwas erklären muss. Das ganze Buch enthält dieses riesige Gedicht aus fast tausend Zeilen, aber dazu gibt es einen Anmerkungsteil. Anmerkungsteil. Ich bin schon der Übersetzer, aber vielleicht ein Guter. Das ist sehr wohl möglich. Und das sind auch nicht immer nur Englische, es sind auch manchmal französische Gedichte. Also der war Polyglot, dieser Kinbaud. Und er ist eine unglückliche Figur eigentlich, weil er, und das weiß er auch, ein gescheiterter Literaturwissenschaftler ist, obwohl er nur eine Erfindung ist. Nur Erfindung zu sein reicht nicht, er muss auch nicht gescheitert sein. Ja, also er ist sich schon bewusst, dass er da Sachen rein geheimnisst, die gar nicht dahin gehören, wenn man seriös ein Gedicht interpretiert. Und jetzt ist in dem Anmerkungsapparat zu beachten, jetzt aus der Sicht des Übersetzers, also aus meiner Sicht, dass dadurch, dass die deutschen Gedichtzeilen anders ausfallen als die englischen, und sich manche Sachen nachstellen muss, die dann in die vierte Zeile rutschen, die bei Nabokov sich reimen und schon in der zweiten Zeile stehen, dass dadurch sich die Zeilennummerierungen verändern. Und ich musste höllisch aufpassen beim Satz des Buches, nicht beim Manuskript, beim Satz, dass sich die Zeilenangaben, die Zahlen, tatsächlich mit dem decken, wo die Zeile auch vorkam vorne. Ach so. Das war gar nicht so ganz leicht, und ich habe zwei, drei Fehler gemacht, die Dieter E. Zimmer Gott sei Dank ausgebügelt hat, denn der hat ja alles gesehen. Dieter E. Zimmer ist ja mit dem Mikroskop angegangen, der hat ja auch noch ein versetztes Kummer entdeckt. Das ist aber vielleicht ganz gut, dass da zwei verschiedene Geister am Werke waren. Finde ich auch. Ja. Also ich schätze Dieter E. Zimmer, das macht dem, was ich vorher gesagt habe, jetzt etwas falsch klingen, aber ich schätze ihn hoch ein, eben wegen dieser Genauigkeit, weil die gelegentlich nötig ist, damit nicht Falsches reinkommt in die Übersetzung, was objektiv falsch ist, ja. Und weil es auch zu Nabokov passt. Ja, ja, der war auch pingelig. Ja. Und da war er zwiegespalten. Er war einerseits pingelig und dem Zimmer dankbar, dass der eben auch so pingelig war. Andererseits ist er mit sich ja hölzern. Also er hat da wirklich einen groben Ausdruck gebraucht. Ja, wobei das Hölzernsein eines Übersetzers ist eigentlich eine Sache, die kaum zu vermeiden ist. Ja, ist richtig. Ich sag ja, ich bin ja manchmal ausgewichen auf ein ungenaues Wort, um das Klangbild und die Musik wieder reinzubringen, die sonst draußen gewesen wäre. Man riecht es, man merkt es den Übersetzungen an, dass sie übersetzt sind, dass es keine Gedichte sind in Originalsprache. Es gibt ganz selten Fälle, wo die Übersetzung so gut gelungen ist, dass man sie liest wie ein Gedicht in Originalsprache. Das ist richtig. Das ist besonders bei Lyrik der Fall, ja. Wenn ich von mir mal da etwas einschieben darf, von mir selbst. Ich habe ein paar Gedichte geschrieben auf Deutsch und auf Englisch. Dann waren aber die englischen Versionen keine Übersetzung, sondern die waren eine Neu-Dichtung auf Englisch. Ja. Weil ich sie nämlich als Autor vorgenommen habe. Und da konnte ich mir ja die Freiheiten herausnehmen, die sich ein Übersetzer nicht herausnehmen kann. Damit habe ich es geschafft, dass der englische Text genauso gut war wie der deutsche oder umgekehrt der deutschen so gut wie der englische. Das ist aber nicht das, was normalerweise beim Übersetzen geschieht. Normalerweise hast du eine Vorlage und der Übersetzer bitte sehr herzlich an diese Vorlage zu halten. Ja, es kommt darauf an, welchem Ideal man eher folgt, in welche Richtung man eher tendiert. Ob man eher in die Richtung geht, möglichst nah am Original zu sein oder ob man einsieht, dass es eine Notwendigkeit seiner Eigenschöpfung gibt und dass diese Eigenschöpfung möglichst passend sein muss. Also ich glaube auch, dass manche Lüge einfach unübersetzbar ist. Ich denke mal an ein Beispiel von unserem Kollegen Uwe Herms, der die Beatles übersetzen wollte und sich da an einem Text festgebissen hat und nach Jahren feststellen musste, er schafft es nicht. Denn er hatte den Ehrgeiz so zu übersetzen, dass es dann auf Deutsch wieder gesungen werden konnte und aber trotzdem total stimmte. Und das geht nicht, weil da im Englischen Verkürzungen stattfinden und Lokalkoloriter eingebaut sind, die einfach im Deutschen dann verloren gehen. Und du musst dann sozusagen in eine Paraphrase übergehen, wenn du es trotzdem machst. Du bist also Lyriker, wie wir jetzt inzwischen schon rausgehört haben. Aber Nabokov in dem Sinne ist kein Lyriker gewesen. Nein. Also diese Gedichte von Nabokov, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind wie Ostereier mehrfach versteckt worden. Ja, offenbar. Man kennt ihn als Prosa-Autor von den Namen, die man kennt. Kennt man eben den Namen Lolita. Man kennt ihn als Prosa-Autor in kurzen und langen Geschichten. Aber du hast wie gesagt eigene Gedichte geschrieben. Ja. Und ein paar wollen wir jetzt davon hören, aus deinem Band, das so aussieht, wie Lolita vielleicht ausgesehen hat. Jedenfalls ist vorne drauf eine Zeichnung von einer jungen Frau. Das könnte man sagen, eine junge Frau aus. Mit schönem roten Mund. Sie hat einen roten Mund. Das ist natürlich lassiv und verdächtig. Da geht es schon in Richtungskam. Blaue Augen und braun-schwarze Haare. Aber sie hat auch was Kindliches. Das ist eine leichte Zeichnung, also eine schnell dahin gemachte Zeichnung. Gemeint ist Lolita tatsächlich. Ja. Ja, wie ist die Zustände gekommen, die Zeichnung? Und zwar aus der Übersetzung von Fahles Feuer. Da kommt an einer Stelle ein Gegenstand vor, der heißt Chevalglas. Und ein Chevalglas ist ein dreiteiliger Ankleidespiegel, den es zur Zarenzeit in Russland gegeben hat und den Nabukov in der Villa seines Onkels, wo er ja wohnte, kennengelernt haben muss. Und dieses Chevalglas hat er reingenommen in die Kinnbootsaga in Fahles Feuer. Und jetzt hatten wir etwa einen Meter Lexika mit uns. Also Webster, Oxford Dictionary und, und, und. Und alles war da. Nur Chevalglas war nicht da. Also wir haben wirklich tausende Seiten durchgeblättert, um Chevalglas zu finden. Und das gab es nicht. Und daraufhin sagte Nabukov, weißt du, was wir machen? Ich zeichne dir eins auf. Und dann nahm er seine Indexkarte. Er schrieb ja immer auf einem Stehpult auf Indexkarten, wie man sie an der Universität benutzt. Und zwar mit einem Bleistift, damit er wieder wegradieren konnte, wenn er was zu korrigieren hatte. Er schrieb im Stehen am Pult auf Indexkarten. Und so eine Indexkarte kamte er hervor in Montreux, in dem Zimmer, wo wir saßen. Und das durchging, die Übersetzung. Und malte darauf einen dreiteiligen Spiegel mit einer Lolita drin. Und da mein Gedichtband heißt, was erkennst du noch wieder im Badezimmerspiegel jeden Morgen? Lach es nahe, so einen solchen Badezimmerspiegel aus dieser Zeichnung zu konstruieren. Und das hat dann die Buchgestalterin Birgitta Schöbelung sehr schön gemacht. Ja, so ein Triptich, von dem man das kennt. Ja. Also in der Mitte ist ein etwas breiterer Spiegel und links und rechts sind Flügel. Die könnte man zusammenklappen, ja. Und dann würde man sich von links und von rechts und von vorne sehen. Und wenn man die beiden Seitenflügel auf jeweils 90 Grad stellt, ergibt es eine Achse in die Unendlichkeit. Ja, richtig. Und ich will mal zu diesem Schiwalglas ein Gedicht sagen. Ich habe nämlich anlässlich des Todes von Wladimir Nabokov ein Gedicht geschrieben, in dem das Schiwalglas auf meine Weise vorkommt. Das Gedicht heißt 2. Juli 1977. Das ist nämlich der Todestag. 2. Juli 1977. Hommage a Nabokov. An diesem Sonntag war die Magnolien-Sonne besonders hell. Drei Schwäne schwammen im Lac Léman, Trois-Sonne, als zwischen oprakenen Volapüken geöffneten Fensterflügeln, Solus Rex ans Gitter trat, Bleistift in der linken und wie in Kinnbots Schiwalglas sich dreimal sah, Von oben, von unten, von innen. Der Seeglas grün, grüne Schaukel der Erde und die Schwäne über Untiefen auf seinem Spiegelhotel Et sombre au-dessus du Kaukase, über N'Dendosh am anderen Ufer. Le Démont wohl lentement gaukelt Vanessa aus Samt und Flamme, roter Admirabel. Auch Adar sah ihn. Da stand die Zeit einen Herzschlag still, auf Terra Dämonia. Und ich musste meine Uhr, ein Geschenk von VV, zum Uhrmacher geben. Jeanne, Shea, Hans Schatten, wohin jetzt? Mit all dem Sprachstoff. Denn, wie wir aus den Träumen wissen, ist das Sprechen zu unseren lieben Toten äußerst schwierig. Kursiv, Zitate aus den Romanen Adar und Fralesfeuer. Ein Gedicht mit Fußnote. Und gut, dass wir wissen, wer diese Namen sind, wer dieser Hans Schatten ist. Also dieses Gedicht kann man wirklich nur verstehen, wenn man Nabokov gelesen hat. Macht mir aber nichts. Ja, es sind eben doch einige. Nein, nicht nur einige. Es sind sehr, sehr viele, die Nabokov gelesen haben. Und bei denen es dann klingelt, wenn sie dein Gedicht hören. Ja, Nabokov findet immer noch sehr, sehr viele Leser, die sich nicht nur für Lolita interessieren. Damit verabschiede ich dich, lieber Uwe. Tschüss und ich hoffe, dass wir uns bei Gelegenheit mal wiedersehen. Tschüss, Bernhard. Das war die Sendung Unterfreunden mit Bernhard Lassan. So eine Sendung können Sie jeden Donnerstag auf Kontrafunk hören, immer um 20 und um 23 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Die Folgen werden am Freitag wiederholt und werden so gleich archiviert und als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die jederzeit nachhören können, zu einem Zeitpunkt, der Ihnen passt. Diesmal habe ich mit Uwe Friesel gesprochen, der die Romane Fahles, Feuer und Adder übersetzt hat und bei der Gelegenheit den Autor Wladimir Nabokov persönlich kennengelernt hat. Natürlich haben wir auch Lolita berücksichtigt und haben uns so unsere Gedanken dazu gemacht. Ich hatte schon einmal mit Uwe Friesel gesprochen. Die Folge hieß, nach einem Wort von Heinrich Böll, die Einigkeit der Einzelgänger. Da berichtet Uwe von der Gründung des VS, des Verbandes der Schriftsteller und von der Vereinigung des Schriftstellerverbandes der DDR mit dem der BRD. Und damit verabschiede ich mich. Herzlich, Ihr Bernhard Lassan Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag www.kontrafunk.radio